herzlich willkommen zurück zu witchtastic ja in dieser und vielleicht auch noch der nächsten folge je nachdem wie lang es dauert werden wir uns noch mal den leveln zu neigen die wir nicht so gut hingekriegt haben so dass wir diesen blauen balken durch die level oben dann noch mal komplett auffüllen können und dann schauen wir mal ob sich dann irgendwas ändert beziehungsweise ob das irgendwelche errungenschaften gibt viel spaß wahrscheinlich nicht wahrscheinlich steht dann hier muss ja nur den hier noch voll kriegen und den anderen denke ich mal der wobei wir bei dem hier schlechter waren noch hier bei dem 33 wobei die ja nur ein paar minuten sind streng genommen also das sind jetzt keine 18 minuten so wie jetzt das letzte ja aber ich glaube ich bin jetzt gerade so durch ich weiß die würze es noch machen oder einfach mal kurz probieren ja mal kurz gucken ja sind drei minuten vier minuten vier minuten wenn wir das jetzt nicht beim ersten mal besser schaffen dann genau den explosiv und dann ein schädel ein grün danach mache ich ja schon mal hallo grünes fertig zwei augen und blatt ein schädel ein grün hat man doch so schädeln was schädel und ja das war das nächste wo ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche nein bleibt doch mal da stehen und personen ich hätte fast nicht getroffen aber du wolltest ein schädel rein tun oder nicht ja eigentlich ja aber das ding ist weg oder oder ist das dieses regenbogen teil gewesen jetzt hast du beide weg gemacht auch du hast alle weg gemacht nee das ist weg keine ahnung ein schädel ein grün ist aber rechts auch normal grün liegt ja hier das ist ein auge das kann schädel so schaffen wir das nicht wenn wir immer was falsch doch auch hallo willst du mich ich konnte es nicht zu ende machen keine ahnung ich weiß nicht warum der mich jetzt erwischt hat obwohl er gar nicht an mich rangekommen ist ich weiß auch nicht warum ich den nicht zu ende machen durfte gerade der dreimal abgebrochen oder zweimal abgebrochen jetzt kann er das oder was willst du mich nicht oder was ach so ist gar nicht ist kein holz da es kümmert sich hier keiner um nix ja nee ich bin gleich tot weil hier sich keiner um den kümmert um den feuerdings ich kann ja nicht weg machen und ich kann auch dass die dinge halt nicht immer nehmen ich weiß nicht warum der ist nicht in meiner nähe trotzdem bin ich voller feuer das können nämlich endlich wieder bewegen alter jetzt gehe doch mal kaputt wenn ich 20 mal drauf gehauen warte mal jetzt lass uns doch mal eben die zwei augen machen zwei augen liegen da und es fehlt immer noch der schädel und das grün da habe ich eben schon gemacht keine ahnung warum schädel ist ja drin nein auch jetzt ist ein grün ist drin warte mal hier warum mache ich jetzt aber ich muss erst mal hier die skelette mal eben weg machen jetzt mach schon nein jetzt habe ich hier kein wieso habe ich jetzt hier kein eis mehr ich hab doch schon das ding mach den einen da hinten ja aber ich habe kein eis hörst du mir eigentlich nicht zu was ich sage nein natürlich nicht ja das merke ich weiß auch nicht warum wir jetzt so lange gebraucht haben um das eine die ganze zeit zu machen dieses sprengding da ist das nächste holt schnell eine flasche 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 dann kümmere ich mich um den hoch nie jetzt macht das durch alter ich brauche eis ich brauche eis nein ich geh fest raune und ein auge liegt ja ohne auge habe ich ja auch zehn sekunden wilder arsch oh pass auf das ich hab's ihm noch gegeben ich hab's ihm noch gegeben wir waren sogar exzellent ja bis auf einmal wo ich gestunnt ne zweimal bin ich gestunnt worden konnte ich das auch ganz gut machen mit dem also mit dem schneebellen das ist so ein ein vorteil dann also das heißt vorteil ne das ist so ein ja aber man muss es wissen das ist ja das was ich sage meinst du das visselchen reicht da oben ich hoffe ja ich denke schon weil es nicht mehr viel und da aber hier kann man doch hier kam auch skelette geist und allraune hier ist allraune hallo macht das ja kommt ein skelett kümmere ich mich drum noch eins pass auf unten geist knoblauch und skelett knoblauch und skelett wo es kommen wir nicht durch wegen dem geist man skelett kommt gerade ja ja knoblauch hast du habe ich drin habe ich schon mal wieder reingetan alter jetzt lauf man ist ja wo ist ja der kleine kommen hier ist weiß oder zweimal knoblauch o pas auf und einer raune war das meine ich ja zweimal knoblauch eine raune einmal knoblauch ist schon fertig soweit achtung skelett skelett die kaputt macht macht du die euro nicht ich muss hier ich habe schon okay ist durch achtung geist also habe ich gerade das tante aus versehen nein ich kann den nein auch kommen ich bin pass auf macht das skelett erst fertig macht das skelett kaputt ich kann hier nichts machen nein ein skelett brauchen wir und einmal blatt ja dann macht das zweite aber kaputt hier kommen drei da macht diese scheiß feuer doch endlich mal aus ja jetzt ist der geist davor jetzt kann ich natürlich nichts machen noch einmal stelle die was musste rein das blatt das blatt ja hier liegt auch 1 wenn wir das denn nicht ein geist und geist folgt mir gerade hatte es dann drücken auf den klopf hinten ja raune raune liegt hier mach 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 ich mach das glitt habe ich wohl da hinten wo bin ich gelett und grün grün habe ich es gelett kommt gerade ja was gelett es dauert so lange werden gut ja egal wir können ja schon mal hier gelett und was haben wir gesagt und ja schon drin ist schon drin muss nur gucken dass das zweite jetzt hier nicht durchkommt pass auf hinter dir wir bauen aber noch ein skelett den hättest du lassen können das gelettet zwei mal knoblauch und eine raune raun ist links und eines auf dem boden zweimal knoblauch oder was das was immer hier liegen doch knoblauch hau den typen hau den lukas ach der war das der hieß lukas also ja ich kannte den jetzt nicht deswegen ach so wir sind schon in exzellent ich kann mich nicht bewegen ach so fertig und waren zu gut gerade irgendwie war das dann ganz einfach also ich weiß nicht was du hast du das andere waren 18 glaube ich oder 18 haben es überhaupt abgeschlossen ja alter jetzt bist du auf dich selber aber stolz dass wir das noch gemacht haben ne aber dann gehe ich ins bett danach ja aber gut zu wissen ist schon mal dass wir laura und jetzt bin ich da auch noch runter geflogen ich auch ich wollte doch nur nach oben wo ich eben war lasst den typen reingehen da machen wir platz erst mal aber hier ist ein zweiter der dürfen nicht reingehen hast du holz nach holz fahren ja zutaten drin alle macht den typen weg noch den oben für den oben macht den kaputt hier macht den kaputt nein ja ich komme halt nicht so weit nach unten wir nehmen den trank nimmt dran für den jetzt kommen nach oben was brauchen wir noch wieso habe ich jetzt dieses blöde dinge dann kann ich nicht prügeln ach so sorry schädel und grünen schädel und grünen lasst den rein ja du hast ja unten gerade eins das was wir machen grün oder grün nicht also platz ist drin machen ja du haust die erlich zu verlässig kaputt deswegen muss ich mich ja mal dahin stellen raune und schwanz schwanz musst du machen raune 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 hast du sogar noch der trefft ihn jetzt ihr lasst unsere kessel in ruhe ihr saftsäcke ihr macht mal strom drauf aber hinter dir hinter die nein links neben mir ist noch einer aber ich treffe nicht warum tritt die den wieder nicht wenn ich die ganze brauche man mal jetzt hier halte nach dem kaputt ich schon mal im holz wenn ich denn mal da was brauchen wir denn sag mal was wir jetzt brauchen ich habe keinen überblick mehr raune schwanz raune ist hier doch raune hast du noch einer nein das ding ist voll ich muss die erstmal unternehmen das blatt würde nein nicht warum ist das gut da weil du gesagt dass das ding ist voll aber ich wollte das blatt hier haben ja warum willst du da nicht den schwanz mitnehmen wenn du den sowieso brauchst mein gott das habe ich gesagt raune doch raune schwanz ich hole eben holz oder es ist ein skelett oben äh mach mal schnell zweimal schwänze und einen pilz ja oder ein raune blatt falls es einfacher ist äh raune blatt ist einfacher nein 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 bitte nicht oh ich komm nicht ran ich komm nicht ran wer hat das blätter draufgelegt ja das blatt lag schon die ganze zeit da wir hätten nämlich exzellent geschafft aber da stand irgendwas mit gut gemacht oder ja ja das haben wir ja ich habe nur den jubelschrei gerade aber also es scheint auf jeden fall als ob du da nur ein bonuslevel pro runde hast weil sonst würde sich ja noch bei dem anderen nicht gemacht weil wenn ich die anderen nicht exzellent abgeschlossen haben warte mal ich gehe mal kurz zurück weil hier fehlen uns hier oben waren wir schlecht bei 25 ach so das ist unterschiedlich mit dem balken also die balken müssen alle voll sein dann kriegst du ein bonuslevel ja ich dachte das ist ein balken über die ganzen level der dann sich füllt hier haben wir den nicht geschafft die 25 haben wir nicht geschafft und deshalb ist der balken unten fehlt uns das also müssen wir die ja nicht noch mal machen sondern das war bestimmt scheiße ach das war das mit dem angeln oh das war da wurdest du dauernd gestunnt von dieser scheiß hexe ach genau das war das deshalb haben wir das nicht geschafft ja deshalb wir können es noch mal probieren äh alraune und blatt oh lauf bloß nicht alter ich hab schon mal ein bisschen man mach es doch bloß nicht da wo ich es drauf lege äh holz holz äh wo sind die flaschen äh rechte seite linke tür linke tür linke tür zweimal knoblauch einmal alraune äh alraune 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 habe ich noch keine doch die liegt da unten ne liegt da nicht ne ne die musst du angeln es kommt natürlich jetzt zwei minuten lang keine alraune es ist so zum kotzen da auf bloß nicht hast du eine flasche nein hol dich schon oh beeil dich beeil dich beeil dich das läuft gleich ab oben äh eigentlich das gleiche aber den kannst du vergessen Fisch einmal Fisch nein lass den Regenbogen zweimal Knoblauch ein Blatt und einen Schwanz ich will den Schwanz oh ich brauche glas ich brauche glas hallo warum kann ich das nicht abstellen oder so man ja wieso hast du Fischbogen gemacht ach so ich hätte diese scheiß doch ach man ja ich hab's ich hab's vergessen dass man es mit dem anderen machen muss dass man das nicht mit dem machen kann nein wieso bin ich jetzt aus der Katze raus ja das war's das war's alter verbrennt macht und wir rüber um ach du scheiße äh jetzt rühren doch mal hier um gebraute grün und allraune grün und allraune grün und allraune ne Knoblauch brauchen wir noch zweimal was erzählst du denn da ich muss doch gar nichts mehr hier umrühren ich stehe ja die ganze Zeit neben dir mit der Flasche aber es passiert ja nichts grün und allraune jetzt lass diesen scheiß Fisch mal da stehen du blöde Puh ja weil der Fisch wäre einfach ich brauch dringend ein Glas das läuft gleich ab warte oben links oben links ach ich krieg hier keine allraune lass kurz mich so an ja natürlich was auch sonst wieder hau ab nein die angelt wieder nicht alter angeln nein mann mach bloß nicht die Sachen so wie ich es drücke echt ich brauch ich brauch da oben das brauchst du auch raune nein ich brauch ein Glas gleich so oh das läuft ab da oben das schaff ich nicht wenn ich es selber nehmen muss was ich natürlich wieder muss oh auf die letzte Sekunde ich hab kein Blatt ich hab kein Blatt ich hab kein Blatt oh ja aber normal müssten wir jetzt auf jeden Fall das voll haben mit meiner Logik war das nur das eine? mhm ich glaub ja ja da oben ist der Bonuslevel ja Kapitel 4 excellent und wir haben irgendwas anderes freigeschaltet nein ich hasse dich also ich höre jetzt auch auf ich wollte nur dass du da reingehst mhm was ist das? wie viel auch vier allraune pilz und grün 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 ich hab zwei allraune ich hab zwei allraune oh drei hab ich oh die pilz 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 oh vier allraune brauchen wir vier allraune brauchen wir vier allraune und der pilz ne ja guck nochmal ist auch grün drin ist auch grün ist auch grün ne guck guck doch einfach mal man doch ist auch grün ne grün fehlt noch alter nimm doch mal das wo du vorstehst ey bloß nicht wo sind die flachen rechts was brauchen wir jetzt ich sehe nichts warte mal zwei mal pilz zwei mal ruse danke hallo was ist das ich hab einen pilz eine ruse ach so ja ich hab ich jetzt auch äh eine allraune ein schwanz allraune krieg ich gleich ich hab zwei rosen drin schon allraune habe ich den schwanz brauchen wir längst noch nein ach schneid ihn doch man schwanz ist drin das könnte man jetzt irgendwie im pilz es fehlt noch was allraune was fehlt denn da zweimal rosen ne ein pilz du hast keinen pilz äh kein pilz geholt eine ruse oh pilze habe ich ach fehlt da noch was nein rutsch immer glas glas ach so einen schwanz hast du okay oh lauf doch mal rüber ja auch nicht hehehe solltest du wissen als Mann du hast du das also was ist das für kack level äh zwei rosen zwei rosen zwei rosen ein pilz eine ruse habe ich ja auch äh ach so eine waschung geschnitten scheiße pilz haben wir ach so äh ein pilz äh ein schwanz ein blatt oh das blatt das blatt brauchen wir nur das blatt ja 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 ich bin dran ich bin dran es dauert ja immer drei jahre jetzt mach es auch man schwanz nicht vergessen ne zwei rosen zwei rosen haben wir moment zwei rosen ein blatt ein pilz äh alraune alraune habe ich nein alter das ist nicht dein ernst hier ohne glas ohne glas ohne glas komm 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 ach so ach so das war's schon oh Gott wir haben ein Bonuslevel komplett abgeschossen Alter was ist das bitte für ein Rezept gewesen obwohl das fand ich jetzt besser als diese 30.000 verschiedene wo du den ersten Mal ja weil du dich konzentrieren konntest und nicht ständig gestunt warst und oh wir haben ein kleidchen bekommen aber ah ne das mit dem abschluss haben wir ja schon bekommen nein jetzt bleib hier warte mal da oben fehlen ja eigentlich zwei Level ja das ist total schlecht gewesen hier ach jetzt geht die da rein ey ich muss was zu trinken haben ach das war das ja das war auch scheiße äh wie ach so ja genau äh rosa und Knoblauch links ist ein Knoblauch wo bin ich denn wo ist die rosa ach rosa oben rechts und bei mir ist der Kübel nein woach heftig alter mach diesen scheiß doch mal schneller ja da liegt sie doch äh ich warte jetzt nur auf die rose als nächstes musst du dann äh ja ich mach gerade mal zwei zwei mal von den dingern und einen pilz warte mal pilz kriegst du ach komm schon wo ist das holz das ist auf deiner seite oder äh ja äh da unten ja das musst du warte mal was war denn was war denn jetzt ich baue noch einen pilz wo ist der ach der ist vorbeigefahren das holz ist raus ne das auge leg das hin leg das auch drauf ja wieso drauf du brauchst das doch nein ach so scheiß ich brauche das holz sag das doch ich brauche auch ein glas 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 ja nimm dir das das glas kommt doch gerade nimm dir das dann raus ach so da unten oh leute jetzt wer es kommt wohin wohin ach so zur eule oh ne ah der mist war das scheiße ok äh ich muss auge auge und 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 dings machen auge ein auge ist ja drauf da liegt noch eins was war dings was war dings scheiße äh ähm Harry Potter äh ich hole schon jetzt holst du Harry Potter ja das hast du schon geschnibbelt sehe ich gerade deswegen habe ich es nicht verkannt äh holz ach so ich hab selber holz hier alter du sollst nicht das brett da rein werfen du sollst das holz da rein werfen gib mir mal blätter rüber bitte äh ich brauche was zum reinmachen zum reinmachen zum reinmachen oh flasche genau flasche oh wie lange dauert das bis die scheiße da ist komm schon alter das ist nicht dein ernst Okay, ich mache das blaue ähm grün jetzt mache ich glaube ich stopp das habe ich ich hab glaube ich hab blau äh da mache ich rose und knoblauch Ich brauche eine Rose. Die ist gerade weggegangen. Mach das Auge. Es brennt schon. Ich brauche eine. Mach mal. Hast du eine, die gerade zu dir kommt? Achso. Oh, habe ich Glück gehabt. Oh, jetzt gibt mir das Ding. Der blaue Trank muss oben reingestellt werden. Ich muss erstmal die Tränke jetzt abholen. Ja, mach mal beide. Mach mal beide. Ich versuche das noch irgendwie mit der Rose hinzufinden. Ja, mach doch deinen hier. Wir schaffen keinen mehr. Oh, nee. Schade, das war knapp. Ich konnte es nicht mehr aufheben. Ja, wir hätten besser... Also wir hätten noch mehr gekriegt, wenn wir uns noch her aufgeteilt hätten. Ich habe erst bei dir erst drüben geguckt. Hey! Das explodiert bei dir. Wir waren doch schon fertig. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Wir sind alleo, die wir einfach hier oben Macke sehen. Wir sind alle ja hier oben drauf und wir sind auf Himmelde. Ich bin da oben drauf und wir sind bei ihnen. Wir sind alle aufgeregt.